herzlich willkommen heiko thieme herzlich willkommen liebe zuschauer haben gerade die neueste ausgabe vom heiko thieme club aufgezeichnet war ein bisschen länger als sonst so 1 15 eine stunde 15 minuten lag an einem spezialgast einem überraschungsgast wittiger born von born traders er war uns zugeschaltet aus tokyo aus japan wir hatten ein paar spezialfragen zu japan und dann hat sich gleich eine diskussion entwickelt über den gesamten asiatischen markt aber heiko lass uns zunächst einmal auf den deutschen aus den heimischen markt schauen halbzeit die ersten zwei quartale sind rum das erste halbjahr ist rum jetzt kommen die schwierigen monate also zumindest sagt die statistik das oder was ist los an der börse wir sind in der sommerzeit obwohl der sommer oder frühsommer anders angefangen hat als normal wäre der mai und juni sind eigentlich die etwas schwächeren monate der juli der jetzt bevorstehenden monat ist der beste monat bis hin zum oktober august september schwache monate wobei der september der mit abstand schwächste monat ist in den letzten 75 jahren und an der oktober der die weiche setzte oder die weichen setze für das jahr für den jahresendlauf hier gab es mitunter die crash szenarien verkaufsdruck um dann anschließend deutlich höhere kurse am jahresende zu sehen also man muss sehr flexibel sein um das zu interpretieren und meine lese hat ist folgendes der juni und der mai sind anders gelaufen als angedacht meine these dass wir schlachlöcher haben hat sich dennoch bestätigt wir haben bisher drei schlachlöcher gehabt ein minus von zwischen drei bis sieben prozent und ich gehe davon aus dass wir in den verbleibenden drei monaten also juli august und september ebenfalls zwischen ein minimum bis drei schlachlöcher haben werden also rückgänge die ganz kurz veranschlagt sind minus drei bis sieben prozent bleibe ich bestehen keine korrektur von zehn prozent und dann am jahresende egal jetzt wie die amerikanische präsidentschaftswahl ausgeht dass wir dennoch eine chance haben dann höchststände zu sehen die beim dow jones bis zu 42.000 gehen das ist anspruchsvoll das gebe ich zu beim standard pool 500 index haben wir unser jahresziel von fünfeinhalb tausend schon erreicht ich glaube es ist noch etwas mehr drin aber die sechstausend marke sehen halte ich schon für etwas sehr sehr optimistisch und beim dax index die 19.000 mark die wir gesehen haben war mein jahresziel ich halte die 20.000 marke für möglich aber ich muss hier im konjunktiv sprechen denn man darf nicht den fehler machen dass man vergangenes extrapoliert man muss sich immer wieder auf einige überraschungen einstellen und da ist das geopolitische umfeld schwierig um es höflich auszudrücken ich denke an den krieg in der ukraine ich war ich denke daran was an amerikanischen präsidentschaftswahlen passiert der kommende donnerstag wird hier erste signale geben es zum ersten fernsehduell zwischen beiden und trump kommt dann haben wir natürlich im nahosten auch jedenfalls auch ein problem es gibt genügend problem konflikte und deutschland selbst ist der schwache man europas und wie man das alles jetzt in dieser gemengenlage zu einem positiven bild zusammenspinnt das versuchen wir zu tun nicht weil wir es wollen und müssen sondern weil es auch chancen gibt und ich sehe zurzeit bei etlichen werten sehr sehr interessante chancen ich war ich nenne ein wert den wir vorhin nicht diskutiert haben sartorius zum beispiel 40 prozent gefallen vom höchststand ist auf meiner liste nicht war im medizinischen breit tätig stellt geräte her die weltweit gebraucht werden da sehe ich chance und analysten sagen dass papier die chance 40 prozent in 15 monaten zu erreichen natürlich gibt es darauf kein garantie stand aber das gefällt mir würde ich durchaus noch mal zusätzlich erwähnen obwohl es nicht in unserer diskussion war denn dort stand zwei japanische titel mit dem zentrum allerdings aus der technischen analyse und da war nicht immer wieder davor ich mache nur bedingt technische analyse denn schadtechniker haben keine ahnung von den unternehmen gucken sich das startbild an da gibt es gewisse gefahren die man auch mit hineinbringen muss aber japan steht zurzeit nicht bei mir auf meiner ersten beobachtungsliste ich hatte es drauf da war es bei 27 beziehungsweise 25.000 bei mika index und jetzt sind wir bei der 40.000 marke gewesen und umkämpfen dies wir sind ja selbst hat runter gekommen und japan muss man nicht unbedingt haben werde ich bei china nach wie vor positiv eingestellt bin und ich schaue auch auf indien die beiden einzelnen werte die wir besprochen hat aus japan waren daikin weltmarktführer im bereich klimaanlagen und kobe busan kleinere titel letztendlich betreiber von von supermärkten und was wir auch besprochen haben und dass er in dieser kurzen zusammenfassung auch kurz anreißen möchten und müssen dass das thema nvidia nvidia chef verkauft jetzt in den letzten tagen und teilweise geht es auch schon weiter zurück doch massiv eigene aktien nimmt geld vom tisch macht man ebenso 100 millionen gewinn mitnahmen das hat sicherlich auch dazu beigetragen dass nvidia deutlich unter die rede gekommen oder unter die räder gekommen ist ist diese blase ist dieser hype um nvidia vorbei sind wir da am anfang des abverkaufs ich glaube dass nvidia ähnlich wie bei tesla ein bisschen höchstpunkt erreicht hat tesla übrigens ging dann 60 prozent 70 prozent zurück nicht war von 360 nach dem split auf 100 euro stand dann übrigens auf der empfehlungsliste bei mir zum ersten mal ich war und da brach dann schnell 100 prozent ein ich bin auch gleich wieder rausgegangen aber jetzt hier bei nvidia ich habe ja eine nicht wetter war aber mir eine sache auf instagram angeboten vor einigen wochen vw und instagram in 15 monaten wer ist besser und ich gehe davon aus dass die beiden titel wer sie jetzt betrachtet vw und nvidia nvidia ja beide betrachtet unterschiedliche unternehmen nicht wer eine bestätigt sich mit der strukturierung von halbleitern nicht wahr die man herstellt das andere nicht wahr das ein von halbleitern der andere stellt autos und andere dinge her kurzum ich gebe dem vw konzern eine chance 50 prozent besser zu sein als die nvidia wenn man es von jetzt vergleich mit 15 monaten das ist eine gewagte wette manche können sagen dass das eine wette eines der keine ahnung von der von den unternehmen hat akzeptiere ich auch die kritik aber ich weise sie zurück ich glaube ich kann ein bisschen davon was verstehen und wenn man sich den jüngsten jüngste entwicklung anschaut nvidia innerhalb von drei tagen 450 milliarden wir reden nicht von millionen wir reden von milliarden dollar zu verlieren so ungefähr 400 milliarden das ist so viel wie die markkapitalisierung im m und s dax ist so ein bisschen von österreich die sind alle pleite gegangen innerhalb von drei tagen das ist schon ein karlschlag und das ist nicht alles der verkauf vom chef von nvidia von einigen werten ist ganz normal es wäre unvernünftig wenn er nie etwas verkaufen würde hat über 100 millionen aktien da kann er ruhig das eine oder andere verkaufen als wer zehn milliarden in einem portföl in einem einzelnen unternehmen also ein klumpen risiko hat dass der mal bis zu zehn prozent locker liquide machen sollte auch müsste ist ganz normal das bedeutet nichts aber es zeigt auch dass das unternehmen jetzt auf einer basis ist wo man auch mal an das was danach kommt nachdenken sollte schlussstrich steht wenn die wieder nach wie vor steht es auf meiner kaufliste nein ich habe eine lehrposition bei den wieder ja empfohlen ich war das ist nicht risikolos das ist richtig aber würde ich dazu stehen ich habe jetzt gerade wieder ein portföl was ich gerade gemacht die haben jetzt gerade 30 prozent in drei tagen gekriegt von dem hebelprodukt aber bin ich jetzt schon rausgegangen nein ich bleibe noch drin ich würde erst mal 50 bis 100 prozent daran denken dass man da etwas gewinn mitnahme vornimmt aber das mit kleinsten summen ich arbeite da mit einem halben prozent vom liquiden kapital also auch eben der realistisch zu sein kurzum es bleibt spannend das quartal ist noch nicht ganz zu ende war aber sehr sehr beachtlich nach einem schwachen april mai juni haben die verluste massiv was also massig aufgeholt und jetzt kommen wir dann in die etwas komplexere juli august september phase bei der juli normalerweise gut sein sollte aber nachdem mai und juni schon gut waren würde ich da ein kleines fragezeichen hinter machen und august september könnten uns minus zahlen beschweren also bitte stellt euch auf eine interessante und etwas schwitzende börsenphase ein mit dann höheren kursen am jahres ende also es gibt die statistik die das eine sagt es gibt aber auch auf der anderen seite das wort vom aus oder von der ausnahme von der regel dankeschön heiko thieme wir sprechen uns wieder nächsten dienstag grüße nach bayreuth